Guten Tag, ich bin Gordana Zafirovic, lebe seit 41 Jahren in Deutschland. Roy Martina habe ich 2009 kennengelernt mit seinen Omega Healing Kursen und bin ich jetzt zum zweiten Mal bei ihm und ich bin sehr, sehr glücklich, hier noch einmal kommen zu dürfen. Es ist etwas Neues, was ich bisher noch nicht erlebt habe, dass man nur mit Veränderung der DNA-Information an sich, an einem Körper, an einem Gedanken und auch bei Klienten verändern kann, mit einer einfache Veränderung an der DNA-Information. Ich mache Sie neugierig und wenn Sie mehr fahren wollen, dann sehen Sie mir auf seiner Website.